Ich sag's wie es ist, Hertha-Fans haben es in letzter Zeit wirklich nicht einfach. Der Abstieg aus der Bundesliga, daraus resultieren dann riesige finanzielle Herausforderungen für die alte Dame. Toyota Gersberg wird im Trainingslager suspendiert aufgrund von einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Und jetzt wechselt auch noch Stammspieler Toussaint zum Stadtrivalen Union Berlin. Also die nächste Hiobsbotschaft für Hertha BSC, Lukas Toussaint wechselt zur Union Berlin und wird dort Champions League spielen. Etwas, was er sich gewünscht hat, als er damals zu Hertha gewechselt ist von Lyon aus. Und jetzt spielt er in Berlin in der Champions League, aber eben nicht im Olympiastadion, sondern im Stadion an der alten Försterei mit seinen Union-Teamkollegen, was natürlich schon sehr ironisch ist, wenn man darüber nachdenkt, dass bei Hertha eben unter Winduers damals dieser Wunsch geäußert wird, das Ziel auch in ein paar Jahren in der Champions League zu spielen. Und jetzt spielt Hertha BSC in der zweiten Bundesliga und Union Berlin spielt in der Bundesliga und in der Champions League. Der einstige Rekordtransfer von Hertha BSC, der damals für 25 Millionen Euro aus Lyon kam, ist jetzt der neue Transfer von Union Berlin, die für ihn gerade einmal 4 Millionen Euro zahlen, die sich vor allem mit Boni auch noch auf 6 bis 7 Millionen anwachsen können. Aber ja, 4 Millionen Sockholablöse für Toussaint, es ging da mehr ums Gehalt bei der Hertha, denn dann, das musste auch abgebaut werden. Für Union Berlin wieder mal ein sehr guter Deal, denn sie bekommen mit Toussaint, einen Spieler, der in der letzten Saison bei Hertha doch einer der Besseren war und von seinen Anlagen her auch jemand ist, der in der Champions League spielen kann, hat es auch schon mit Lyon 2020 gemacht und hat dort auch gut performt und ist eben dann zu Hertha gewechselt wegen dem neuen finanziellen Aufkommen von Windhorst, bei der Hertha oder dem neuen Investor hat sich ja im Endeffekt dann doch nicht so ausgezahlt. Klarerweise für Toussaint schon, der spielt jetzt Champions League mit Union an der alten Försterei. Ob das von den Hertha-Fans wirklich so gut angenommen wird, bezweifle ich, zumindest sind die ersten Reaktionen eher gemischt. Auch wenn man versteht, dass Toussaint gehen musste, verstehen viele nicht, warum gerade jetzt zur Union Berlin, weil es doch der direkte Stadtrivale ist und das kann ich auch sehr nachvollziehen, muss ich sagen. Rein sportlich gesehen passt dieser Transfer zur Union. Sie bekommen mit Toussaint einen Spieler, der 26 Jahre alt ist, Franzose im defensiven Mittelfeld beheimatet und jemand, der sich vor allem sehr viel für sein Team einsetzt und auch wirklich die Läufe macht. Auch durch das torgefährlich ist, hat man ja auch bei Hertha schon in den letzten Jahren gesehen, kann auch ab und zu auch gefährlich mit Schüssen aufwachen lassen und hat aufgrund auch seiner Lyon-Ausbildung hier einiges drauf an technischen Hilfsmitteln, die bei Union sicherlich auch gut gebraucht werden können. Wenn man jetzt eben auch international in der Champions League spielen will, wie gesagt, ich glaube, dass die Eingewinnungszeit bei Union noch sehr leicht ist, dementsprechend auch weil Union und Toussaint eben Toussaint jetzt auch in Berlin gewohnt hat und auch bei Hertha gespielt hat und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das funktionieren wird. Union macht also weiter dort, wo sie aufgehört haben, mit smarten, sensiblen Transfers für das internationale Geschäft, diesmal für die Champions League. Diese Spieler sind zwar auf Champions League Level, die sie bisher geholt haben, also mit Verfahren, mit Brandon Aronson, mit Alex Kral und mit Toussaint, aber Spieler, die durchaus das Potenzial haben oder die Erfahrung dazu bestehen und deswegen macht es für Union auch gut, sie in diese zu holen, gerade auch zu verbreitern und hier auch ein bisschen Tiefe zu bauen im Kader, Urs Fischer kann außerdem das Beste aus den Spielern herausholen, das wissen wir. Dementsprechend bin ich durchaus angetan von Union-Transfer, das machen sie halt einfach sehr gut. Auch wenn es ein Wermutstropfen für Hertha ist, aber immerhin bekam man jetzt vielleicht auch Diego Demme endlich verpflichten, da hat es ja an der Ablösung gehackt mit Neapel auch, aber mit dem Geld sollte man hier jetzt zumindest den Deutschen wieder zurück nach Deutschland anholen und eben auch zu Hertha und da sehe ich ihn durchaus gut als Toussaint-Ersatz im System von der alten Dame. Aber schreibt mal gerne eure Meinung zu diesem, ja, brisanten Deal, sage ich mal in die Kommentare rein, findet ihr es gut, dass Toussaint jetzt bei Union Berlin spielt oder sagt er, ja, ist doch eher ein Söldner-Move, wie man ja so gerne sagt. Schreibt dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal und auch gerne ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Video, haut rein und ciao!